In meiner Familie hat jeder eine neue Aufgabe übernommen. In der ersten Woche ist meine Mutter rund um die Uhr bei mir. Meine liebe treue Mama. Man fürchtet sie auf der ganzen Station. Nein, 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 was machen sie denn da? Wo ist Bastian? Wer soll das machen? Hey. Und kein Tag vergeht, an dem sie sich nicht die Klippen rot nachzieht. Mein Vater weiß alles über meine Krankheit. Er recherchiert und organisiert und will alles wissen. Er kennt meinen grässlichen Arzt besser als ich. Ah, gut, dass Sie da sind, Friedrich. Ich wollte noch mal nachfragen wegen der Neurofibromatose. Heute gibt es frische Minestrone mit Tomaten, Aubergine, Sellerie. Wie Saskia es neben ihrem Studium und dem Job noch schafft für mich einzukaufen und zu kochen, ist ein Rätsel. Das ist ein bisschen Muskatnuss und Spezial-Wundertutat. Schwarzkümmel. Und isst du Öl. Hast du ein bisschen Hunger heute? Gar nicht? Du vielleicht?